Hallo Leute, da bin ich wieder, euer Geek111 und ja, ich sitze wieder vor der Kamera. Ihr werdet es nicht glauben, ich nehme das jetzt glaube ich zum dritten oder vierten Mal auf. Ich bin richtig aus der Übung. Mal hatte ich vergessen die Kamera anzumachen, dann habe ich vergessen mein Mikrofon anzumachen, dann war plötzlich der Mikrofonkanal weg. Fängt schon richtig gut an. Vielleicht ist das ein Zeichen, ich versuche es trotzdem nochmal. Also, ich möchte gerne wieder Videos machen. Da habe ich irgendwie Bock drauf und ich möchte mit euch gerne wieder über Technik quatschen. Und das könnte ich natürlich tun auf Twitter, was jetzt X heißt und wo ich auch nicht mehr so super aktiv bin. Irgendwie leider, aber ihr wisst schon warum. Auf Blue Sky oder auf Reds, wo ich im Moment eher mehr unterwegs bin. Oder hier auf YouTube. Ich habe immer gerne Videos für euch gemacht und hatte aus zeitlichen Gründen und noch ein paar anderen damit irgendwie aufgehört. Vermisst habe ich es trotzdem immer und deswegen habe ich mir überlegt, naja gut, machst du halt doch wieder Videos. Aber wie, wenn die Zeit nicht unbedingt mehr geworden ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Denn das ist so. Deswegen seht ihr auch mein neues, wundervolles Setup. Das ist möglichst minimalistisch, denn ich werde in Zukunft nur noch mit dem iPhone wahrscheinlich aufnehmen und nicht mal ein Ansteckmikrofon nutzen, sondern das hier. Naja und auch die Videos werden sich verändern sicherlich. Also ich werde versuchen, so wenig Zeit wie möglich zu investieren, aber trotzdem so viel Input für euch wie möglich zu generieren. Bedeutet also, ich werde nicht so viele Beauty-Shots von irgendwelchen Smartphones machen. Ich werde mir kein Wahnsinns-Skript mehr zusammendengeln. Das heißt, es werden schon irgendwie Labervideos werden. Da müsst ihr dann leider durch. Wenn ihr das nicht ertragt, Labervideos und ihr auf super cinematische, hochglanzpolierte Videos steht, seid ihr bei mir wahrscheinlich nicht mehr ganz richtig. Das ist dann schade. Das tut mir auch leid. Und ich hätte auch richtig Bock auf sowas. Aber ehrlicherweise muss ich auch sagen, ich habe noch einen Vollzeitjob. Das schaffe ich nicht so nebenbei. Nichtsdestotrotz werde ich versuchen, für euch so viel Content zu generieren, wie ich kann. Ich habe noch keine Ahnung, in welche Richtung das alles gehen wird. Ich weiß noch nicht so genau, was ich alles reviewen werde. Werden es nur Smartphones sein oder das, was ich halt früher überwiegend gereviewt habe? Oder review ich auch andere Dinge? Ich weiß es noch nicht. Ich mache das, worauf ich Lust habe und wofür ich Zeit habe. Denkbar wären auch solche Videos wie, naja, wo ich einfach mal auf euch einquatsche, was so meine Meinung zu neuesten technischen Gadgets ist, die ich vielleicht auch nicht besitze. Nehmen wir mal als Beispiel sowas wie eine Apple Vision Pro. Besitze ich nicht, werde ich wahrscheinlich auch nie besitzen, weil ich nicht bereit bin, so viel Geld für, naja, eine Mixed Reality Brille auszugeben. Und ich der Meinung bin, dass es gute Alternativen gibt. Sicherlich nicht in allen Bereichen, aber lassen wir das. Das würde jetzt schon zu weit führen, aber theoretisch wäre das so ein bisschen wie ein Podcast ohne Podcast in einem Video. Ist das dann ein Videocast? Kein Plan. Irgendwas in der Richtung könnte ich mir auch vorstellen. Da könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock auf sowas hättet. Was würde euch interessieren an Formaten? Denn im Moment bin ich noch super flexibel, habe da nichts Spezielles im Sinn. Und ich weiß auch noch gar nicht, wie oft ich es schaffe, ein Video für euch zu machen. Ich versuche es aber natürlich so oft wie möglich. Aber ich brauche eure Hilfe. Erstens mal wäre es super, wenn ihr mir natürlich dann ein Abo dalasst, wenn ihr das bisher noch nie getan habt. Ein Like für dieses Video wäre auch super, damit ich wieder so ein bisschen auf die Sprünge oder eben ein bisschen auf die Sprünge helfe mit dem YouTube-Algorithmus, damit ich auch irgendwie gefunden werde. Das gilt übrigens für alle meine Videos, die dann in Zukunft kommen. Da brauche ich euren Support. Und auf der anderen Seite wäre mir ganz, ganz wichtig, dass ihr mal in die Kommentare schreibt, in welche Richtung könntet ihr euch vorstellen, dass ich Videos mache. Idealerweise zu Technik-Themen. Wobei, an sich bin ich offen für alles, aber ich versuche schon eher bei Technik zu bleiben. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Also, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin super interessiert an eurer Meinung. Und, naja, das soll es dann auch erstmal von mir gewesen sein für dieses Video. Das soll ja auch erstmal nur eine Ankündigung sein. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie schnell ich produzieren kann. Das ist immer sehr davon abhängig, wie mein Alltag so aussieht und wie häufig Videos kommen. Ich versuche euch aber natürlich regelmäßig mit Videos zu versorgen. Bis dahin wünsche ich euch erstmal alles Gute. Bleibt dran. Vergesst mein Abo nicht. Und hoffentlich bis bald. Euer Giga1F. Ciao.